mal ein bisschen diplomatie ein bisschen mehr arcana neue zauberstufe genau wenn wir mal die maximale gesundheit was ist das rufmächliche preise dabei den feinen wirkungsbereich brand oder hiebschaden zu führen neue zauberteile gewehrverbündeten eine schützende barriere die schaden absorbiert schnell wirken nicht unbedingt was hätte ich hier greift fein in sieben richtungen um den sänger mit eisblitzen an das wäre nicht schlecht schnell und einsichtig das wäre ganz cool nehmen wir das mal den buff gut und mal ein quicksave zwischendurch okay aber nehmen wir uns mal in seinem zeug hier das war jetzt das der pilzgarten okay jetzt besehnungs labor dringen wir sicherlich ein damit die beiden kann ich mich schlecht auseinandersetzen lieber hier ins lager okay obsidiansplitter und lösung medizinische vorräte die nehme ich immer gern mit ein enterhaken ja den da umgehen wir freundlichst ja so wie es aussieht bräuchte den edelstein von oben noch ja so wie es aussieht ok also der konstrukte die mögen uns nicht ja ich müsste irgendwie das studienzimmer reinkommen kann ich laden und mich gleich unsichtbar machen dass mich der impf nicht sieht ja Ja, das Problem ist, gegen diese Konstrukte komme ich nicht oder noch nicht an, weil die halt einfach keinen Schaden nehmen wollen durch meine Waffen. Vor allem gegen zwei gleichzeitig. Was kann ich denn? Was kann ich denn? Woah, woah! Look! Happily. Die Keramikschlüssel und Teerschrank haben alle eine dünne Staubschicht, okay. Dort würde ich in den Aussichtspunkt zurückkommen. Okay, hier oben sind nur zwei Imps, das ist... Aha! Das ist nicht sehr hilfreich. Ich bin glücklich. Was? Was? Ja! Mit mir! Ja, Palmelatten... Oh, 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 oh. So, also das Konstrukt. Das führt mich nach da oben. Sein Schlafzimmer ist nur so erreichbar. Das ist mal praktisch. Und ich denke auch mal nicht, dass er irgendwelche Wächter in seinem Schlafzimmer hat. Nein, hat er auch nicht. Geschwindigkeitsstiefel, die klingen immer sehr gut. Die vielen Fehlstricke der Impat und der Kult und die Wirksamkeit der Imps. Hm, Rezepter. Das war eine Falle. Guter Kampfstab. Akimias alte Kleidung. Akimias Notizen. Welche Hilfe diese Inbauer auch sind, sie ist kaum der Mühe wert, ihre Gesellschaft ertragen zu müssen. Gestern habe ich ein anderes Gesicht versucht und mein Diener hat fast Alarm geschlagen. Es ist irgendwie beruhigend, dass er meine Robe erkannt hat. Ich habe diese plapperten Dunkelköpfe ein loses Wort mitgeteilt und Unmöglichkeiten, diese Art in Zufufe zu vermeiden. Zeder und Käse. Einfach genug für ein Imp, um sich zu erinnern. Das ist 10% Wirkungsbereich. Ja, exot hier. Das heißt, wenn ich Akimias Robe anziehe, halten mich die Imps für Akimia. Das ist 10% Wirkungsbereich. Ich trage ihn jetzt. Ich glaube nicht, dass er etwas über mich kennt. Akira. Es ist für uns, die Geistern zeigen, warum wir uns nicht wertvoll sind. Ja, ich glaube, wir sehen uns über das. Nettes Gespräch. Denkst du, dass ein Dreiters für Bestimmtes für dich im Sinn hat? Tekeo fragt Edda. Wenn man mein Dasein mit dieser Form oder als Teil dieser Besatzung bedenkt, ich glaube schon. Es ist merkwürdig. Anst habe ich gegen Eotas gekämpft, jetzt sage ich ihm nach. Und ich glaube nicht, dass er etwas über mich weiß. Akira, es liegt an den Göttern zu zeigen, warum sie von uns Notiz nehmen sollten. Es liegt an uns, den Göttern zu zeigen. Ja, ich schätze, das werden wir noch sehen. Das wollte ich nicht. Kann ich nochmal laden? Ja, kann ich. Ja. Ich schätze, das muss ich nicht. Ich soll dich diskret sein. Oh, der sollte irgendwann da auch wieder weggehen, hoffe ich mal. Oh, wann habe ich mir denn einen akuten Ausschlag geholt? Komm, geh weg. What can I do, Absolut? Now it's toughed. Okay, an ihm vorbeischleichen ist nicht. Vielleicht, wenn ich nochmal rein und wieder raus gehe. Ah, ne, glaube ich nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann auch einfach eine Stunde warten. Ich kann auch einfach eine Stunde warten. Ich kann auch einfach eine Stunde warten.